So, heute mache ich eine, ja einen Gemüseauflauf, stimmt der Fokus, ähm, das sind alle Zutaten, Möhren, eine Zwiebel, ähm, eine Kartoffel, eine Zucchini, ein bisschen von dem, äh, Kohlrabi, ähm, ja der Rest sind Gewürze und Haferflocken, aber was wir jetzt machen, zum Beispiel mit der Kartoffel, die kommt da gar nicht rein, die backe ich nämlich separat, ähm, damit die schön braun gebacken werden und, ja, dadurch die Stärke halt ein bisschen reduziert wird, das Schleimbildende, ähm, das, äh, kommt sozusagen in die, äh, die Kartoffel kommt in die Käsesauce, ähm, ein bisschen Möhre kommt in die Käsesauce, ein bisschen Zwiebel, und, äh, ja die Gewürze halt, süßer Senf, Pfeffer, salzfreies Tomatenmark, Knoblauch und Bärlauch, weil ich, ja, passt, würde ich sagen, und Paprikapulver, und, ähm, aus den Haferflocken mache ich halt so eine sämige oder so eine Art Sahnesauce halt, beziehungsweise mit den ganzen anderen Zutaten, ähm, ist das dann halt so ein bisschen eine Käsellose, Ja, und ansonsten kommt halt der Rest der Zucchini, ähm, der Rest der Zwiebel, die zwei Möhren und Kohlrabi halt in die, ähm, ja, sozusagen als Mühsauflauf und die, dann nehme ich halt noch etliche Kartoffeln, die ich dann halt backen werde, jo. Und währenddessen machen wir dann auch die Käsesauce, haben dann noch die Zutaten übrig, also die Gewürze, Bärlauch, Paprikpulver, eigentlich hätte ich auch noch Kurkuma, habe ich aber jetzt nicht, Paprika, süßer Senf, salzfreie Tomatenmark, Haferflocken und Wasser und eine Knoblauchzehe habe ich schon bei dem Gemüse beigetan, und die andere tun wir hier rein, und ein bisschen Pfeffer habe ich auch noch in die Pfanne getan. Dann machen wir jetzt die, äh, Haferkäsensauce und auch die ganzen Kartoffeln, die hier gebacken werden sollen, werden geschält in der Zeit. Ja, die Hafercreme ist denkbar einfach, man nehme einfach Haferflocken, ist egal ob körnig oder fein, ähm, Feine gehen wahrscheinlich besser. In den Mixer, zusammen jetzt ungefähr dreimal so viel Wasser, oder viermal so viel, und gebe das Ganze dann durch den Sieb. Das werde ich mit dem Löffel hier noch dann ausdrücken, sozusagen, und dann hat man die richtig schön milchige und wohlschmeckende Hafersaade, und da geben wir dann die, ähm, ja, die Gewürze rein, und, ähm, 60 Gramm Möhre, 150 Gramm, ähm, Kartoffeln, und, ähm, ein bisschen Ziebe. Das Originalrezept ist, statt Hafer, Sahne, Erdnüsse und Wasser zu nehmen, aber ich finde, Hafer, Sahne, das ist, ähm, ein bisschen mehr High Carb, weil im Prinzip ist das nur Getreide und Wasser. Und Hafer ist halt so das fettreichste Getreide mit 7 Gramm, 100 Gramm. Aber ich mache das mal einfach so, ähm, besonders, weil, ja, das, äh, ein Gemüseauflauf wird, und da hat man ja immer so eine Sahnesauce, quasi. Ähm, und ich werde ich da dann einfach drüber gießen, vielleicht werde ich die vorher noch eindicken, äh, indem ich die halt so ein bisschen einkoche. Das gucken wir gleich mal. So, das ist jetzt die Käsecreme, die, man sieht auch, dass die relativ dickflüssig ist, hätte aber noch einen Tick dickflüssiger sein können. Aber es geht, das wird ja noch durch das Backen, dürfte es dann noch ein bisschen ausdicken. Hier einfach unser Gemüse in der Auflaufform, das hat jetzt, äh, das hat so eine Keramikauflaufform, die meine Mutter gemacht hat. Und dann gebe ich das einfach mal rein. Also, es ist auf jeden Fall cremig und schmeckt auch sehr lecker. Trotz, dass da kein Salz drin ist. Und dann kratze ich das mal kurz aus, ich kann das mit der Kamera sonst nicht. Jetzt ist irgendwie der Blitz an. Und der wechselt gerade zwischen grün und braun. Kann sich entscheiden, ich mache mal den Blitz aus. Ist nämlich orange. Ähm, ja, sieht schon sehr appetitlich aus. Oder? Finde ich. Ich finde das sehr geil, ich habe es gerade probiert. Ich muss mich zurückhalten, das ist nicht jetzt schon so zu essen. Könnte man jetzt einfach so essen. Ist sehr, sehr genial. Ist fettarm, ist salzfrei. Zusammen mit ein paar gepackten Kartoffeln hier so die Hälfte drüber. Ist das eine perfekte Mahlzeit. Aber ich werde das jetzt erstmal für 40 Minuten in den Ofen schieben. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Also Leute, es ist der Hammer. Ich habe gerade schon probiert. Das ist richtig geil cremig, käsig von der Konsistenz. Ihr seht das hier. Und das ist hier auch halt so angebacken und so weiter. Weil einfach das Protein der Hafermilch so fest wird. Und das ist halt so richtig käsig. Und schmeckt auch so ziemlich danach. Und die Dioré halt salz verwenden. Für die wird das halt noch besser schmecken. Vielleicht noch Hefeflocken. Aber ich finde es absolut genial. Und dann hier noch die Kartoffeln drüber. So bei 40 Minuten. Ich glaube das nächste Mal. Das hat mir schon sehr gut geschmeckt. Das gedünstete Gemüse mit der Hafercreme. Das hat mir schon sehr gut geschmeckt. Ich denke mal, ich werde das in Zukunft ohne Backen machen. Weil 40 Minuten, das brauche ich ja nicht. Und kostet auch Strom und so weiter. Aber wenn man so eine High-Carb-Vegane-Lasagne machen möchte. Die ist ja sogar Low-Carb und Low-Fat. Und Low-Salt. Der kann das gerne mal ausprobieren. Jo, bis dann. Ich bin schon mal. Der kann das. Ich bin schon mal ausprobieren. Das geloof ist aber studio und je finde die Kameraqualität runtergelaten. Wenn man soll.